Also das bin ich. 50 Gramm Kalbfleisch, Kartoffeln, Champignons, alles im Bio sowieso, Gemüse, Steckrüben, Karotten, Porree, Sellerie, Leinenmehl, Kokosmehl, Mandelmehl, Schafskäse, Meletich, Gurken, ja das ist nicht Böfstrojganov, sondern das ist Alavolceburg. Den Namen habe ich noch nicht gefunden. Wenn jemand einen Namen kennt, dann her damit. Ich habe schon probiert, es schmeckt lecker, es ist Joghurt, es ist ein bisschen Kefir, ja und es ist ein bisschen Frischkäse mit dabei. Also dann eben halt auch Leinenöl sowieso und ja besser kann ein Essen nicht schmecken. Das geht ohne Rotwein, das geht ohne Mehlschwitze, das geht ohne Stärke sowieso und die Kartoffeln sind immer, ja wie soll ich es anders sagen, gepellt. Dampfkartoffeln vom Vortag. Wunderbar und schmeckt echt lecker. Wolfsburger Eintopf.